Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich euch zeigen, wie ihr den Chat von Twitch in euer Stream einfügen könnt. Und ja, eigentlich ganz einfach und ganz schnell gemacht. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, aber mittlerweile gibt es da eine viel einfachere Lösung. Und ja, einige Leute haben ja geschrieben, dass es bei ihnen nicht funktioniert oder dass sie es nicht hinbekommen. Und mit dieser Variante klappt es garantiert. Okay, als erstes gehen wir hier auf OBSproject.com, weil wir brauchen nicht die Classic-Variante, sondern die Studio-Variante. Ich weiß nicht, ob es mit Classic auch funktioniert, aber Studio ist sowieso um einiges die geilere Variante von OBS. Und ja, daher saugt euch das Zeil. Wichtig ist, dass ihr nicht hier auf euer Betriebssystem klickt, sondern hier oben auf Download, dann hier Windows oder was auch immer wählt und dann hier Studio. Und jetzt, ganz wichtig, ihr braucht OBS plus Browser Source und nicht das normale, das mit Browser Source. Wenn ihr das dann runtergeladen habt, sieht das Ganze etwas so aus. Gut, als nächstes gehe ich jetzt hier kurz auf Twitch. Wir brauchen natürlich die URL vom Chat. Die gibt es ganz einfach. Wir klicken hier aufs Zahndraht, dann auf Pop-Out. Dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem Chat und wir haben die URL. Gut, als nächstes klicken wir hier in OBS auf Quellen. Rechtsklick hinzufügen und Browser Source. Wie gesagt, ganz wichtig, Browser Source. Öffnen wir, könnt ihr hier benennen, wie ihr wollt. Okay, dann öffnet sich dieses Fenster. Jetzt ersetzen wir die URL, die hier drin steht. Einfach mit der URL vom Chat. Paste. Hier könnten wir noch die Größe, Breite und so anpassen und dann drücken wir auf Okay. Außen Moment und zack, wir haben den Chat. Ihr seht, wenn ich jetzt hier was schreibe, so, ihr seht, eins zu eins. Funktioniert wunderbar, ganz einfach. Und dann könnt ihr ganz normal mit Filter oder was auch immer, könnt ihr es einfügen und verschieben und wie auch immer. Ganz einfach. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen oder drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin Jay und ciao.